Nachdenkseiten Die kritische Website Flucht nach vorne Der dreiste Wahlkampf der Grünen Ein Kommentar von Tobias Riegel Sie sind gute Verkäufer einer schlechten Sache. Auf Werbung und PR verstehen sich die Grünen. Aktuelle Plakate der Partei könnten aber auch als der blanke Hohn bezeichnet werden. Die Dreistigkeiten der Selbstdarstellung grüner Militaristen kann nur funktionieren, weil der Charakter der Kriegspartei von vielen Medien vernebelt wird. Die Grünen verbreiten im aktuellen Wahlkampf in Bayern allerlei wohlklingende Phrasen zur Zukunft der Gesellschaft auf ihre neuen Plakaten. Zu sehen sind die Motive etwa verlinkt innerhalb des Artikels. Die grüne Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, geht verlinkt auf die Plakate im Einzelnen ein. Bei einigen Motiven wollen wir das hier auch tun. Wählbilligen Strom Der Slogan Wählbilligen Strom muss als der blanke Hohn bezeichnet werden. Angesichts der vorsätzlichen Verteuerung der deutschen Energie durch die vor allem von den Grünen forcierte Russland-Politik. Diese Energiepolitik geht zulasten der europäischen Bürger und stützt US-Interessen. Wer die Grünen zuletzt gewählt hat, hat indirekt eine massive Verteuerung der Strompreise gewählt. Beim Spruch Wähl Klima statt Krise muss betont werden. Wer die zum Teil durch die eigene Politik unmoralisch verlängerten Kriege nicht in die Klimarechnung einbezieht, ist beim Thema Klimaschutz nicht ernst zu nehmen. Wie wir etwa in den verlinkten Artikeln Kriegstreiber sind Klimakiller und Krieg als Klimakiller beschrieben haben. Weitere Infos zu diesem Thema gibt es auf den Nachdenkseiten in weiteren Verlinkungen. Klimaschutz ist ja auch nicht per se Umweltschutz. Ja, an manchen Stellen ist nicht einmal der aktuelle Klimaschutz im Ergebnis tatsächlich Klimaschutz. Schließlich beruhte die geplante deutsche Energiewende auch auf dem russischen Erdgas. Wer durch die eigene, den US-Interessen dienende Politik den Energiehandel mit Russland torpediert und dafür auf die Nutzung von LNG-Gas umschwenkt, sollte zur Rettung des Klimas fortan schweigen. Wählt Kindern eine Zukunft Wer so viele Ressourcen für Wirtschaftskrieg und Militarisierung opfern will wie die Grünen, wer die Familien mit Ankündigungen materiell ärmer macht und gleichzeitig nicht für sozialen Ausgleich sorgt, Wer also die Gesellschaft allgemein solchen Zerrüttungen aussetzt, kann sich nicht mehr als Anwalt der Kinder darstellen. Zwar beziehen sich die Plakate auf das Land Bayern, aber die Slogans sind nicht von den Handlungen der Bundespolitik zu trennen. Grüne Gute Verkäufer einer schlechten Sache Man muss es zugeben, auf Werbung verstehen sie sich, die Grünen. Sie sind einfach gute Verkäufer einer schlechten Sache. Dabei kommt ihnen oft eine große Dreistigkeit in der Selbstdarstellung zu Pass, die auch vor einer Verhöhnung der Intelligenz der Bürger nicht Halt macht. Die permanente Flucht nach vorn der grünen PR-Strategen kann aber nur funktionieren, weil die Partei von vielen Medien gegen Kritik abgeschirmt wird. Mutmaßlich, weil die Lenker vieler großer deutscher Medien, wie viele prominente Grüne, eher US-Interessen im Blick haben als die Nöte der europäischen Bürger. Weil sich die Grünen trotz ihrer im Ergebnis rechten Politik mit Pseudolinken-Phrasen tarnen, besteht die Gefahr, dass die grüne Politik als links missverstanden wird und aus einer Ablehnung der Grünen auch eine allgemeine Ablehnung gegenüber linken und sozialen Themen entsteht. Davor möchte ich warnen. Die Grünen sind nicht links und der Ausdruck links-grün führt massiv in die Irre, wie wir verlinkt beschrieben haben. Auch sollte man als Reaktion auf die Ablehnung der als Pseudolinks verbrämten Grünen-Politik nicht sein Heil bei den Rechten von CSU, AfD oder Freie Wähler suchen. Meiner Meinung nach sollte im Moment dann lieber die vorübergehende politische Heimatlosigkeit akzeptiert werden, in der Hoffnung, dass sie bald durch eine Partei von Sarah Wagenknecht beendet werden könnte. Als politisches Signal auch für die Bundesrepublik wären massive Verluste der Grünen bei kommenden Landtagswahlen aber sehr wichtig. Blick zurück auf grünen Corona-Lobbyismus Es ist auch zur aktuellen Einordnung hilfreich, sich noch einmal diesen Ausschnitt einer Rede der grünen Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, aus der Zeit der Corona-Politik anzusehen. Sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen, dass nicht... Wer so leidenschaftlich für die gesellschaftliche Spaltung getrommelt hat, sollte sich eigentlich heute zurückhalten mit gesellschaftlicher Moral, beziehungsweise diesen Lobbyisten der unangemessenen Corona-Politik müsste heute eine Welle des Spots entgegenschlagen, wenn sie sich nun als besorgt um den Zusammenhalt darstellen wollen. Aber die Zeiten sind nicht so. Weil nichts aufgearbeitet ist, können sich Antreiber dieser Politik immer noch schamlos präsentieren. Kriegsverlängerung und Militarismus. Es sind nicht nur die Grünen. Dazu, dass auch die anderen Parteien der Ampelkoalition scharfe Kritik treffen sollte, haben wir gerade im Artikel die furchtbaren Prioritäten der Regierung geschrieben. Die Grünen sind als die intensivsten Treiber einer Politik der Militarisierung und der Russlandfeindschaft zu identifizieren, die nicht nur außenpolitisch, sondern auch sozialpolitisch schlimme Folgen haben kann. Es ist Heuchelei von grüner Seite, einerseits Militarisierung und Sanktionspolitik zu forcieren und sich dann über fehlendes Geld für das Familienministerium zu beschweren. Aber verantwortlich sind alle Parteien der Bundesregierung. Die scharfe Kritik sollte auch sie treffen. Die FDP ist, was die Wirtschaftskriegspolitik angeht, ideologisch fast auf Augenhöhe mit den Grünen. Bei der kühlen Inkaufnahme der sozialen Folgen würde sie vielleicht noch weitergehen. Dass Sozialdemokraten dem, wenn überhaupt außer einem stets vorübergehenden, zaudern kaum etwas entgegensetzen, macht einerseits fassungslos, kann andererseits aber nicht mehr überraschen. Zitat Ende Was die grünen Vordenker Marie-Luise Beck und Ralf Füchs so umtreibt, das kann man aktuell einmal mehr in einem Gastbeitrag der beiden im Spiegel nachlesen. Der Ukraine-Krieg sei auch unser Krieg. Der Text lässt tief blicken und er ist ein Paradebeispiel für das völlig unseriöse Geschichtsbild vieler prominenter grüner Militaristen. Den heutigen Charakter der grünen Partei stellt eine Grafik besser dar als alle Wahlplakate. Sie sehen ein grünen Plakat mit einer gelben Blume, deren Blüten herabfallen und sich langsam zu Raketen verändern. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. !